Die Regisseurin von The Bride, Maggie Gyllenhaal, hat bei einem Kameratest einen Blick auf Christian Bale als Frankenstein und Jesse Buckley als seine Braut gewährt. Bales Darstellung zeigt Narben und Nähte, während Buckley eine einzigartige Frisur mit Tintenklecksen auf der Wange trägt. Der Film spielt im Chicago der 30er Jahre und ist eine Neuinterpretation von Mary Shelley's klassischem Märchen, in dem Frankenstein auf der Suche nach Gesellschaft ist, in dem er eine ermordete Frau wiederbelebt. Bale, der Anfang Februar über die Vorbereitungen für die Rolle sprach, führt die Besetzung neben Buckley an. Weitere Hauptrollen spielen Annette Bening, Penelope Cruz und Peter Saskat. Ursprünglich ein Netflix-Projekt ist The Bride, nun unter der Regie von Warner Brosin entstanden.